Moin moin meine lieben Steam Deck Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabi. Und heute gibt's mal ein kleines Real Talk Update von mir. Bisschen was zu mir persönlich und auch zum Kanal und viel mehr vielleicht auch noch. Also, lasst uns mal reinhauen. Ja, liebe Freunde, ich weiß, in den letzten Wochen war ich nicht immer ein einfacher Genosse. Bei mir auch auf dem Kanal, weil ich doch ein bisschen in den Community-Posts und so weiter gegen jemand anderes geschossen habe. Also, für die Aussagen an sich entschuldige ich mich nicht. Dafür stehe ich. Ich entschuldige aber, dass ich es auf eure Schultern ausgelagert habe. Dass ich damit nicht selber versucht habe, ins Reine zu kommen. Ich bin aber halt ein sehr emotionaler Mensch und in den letzten Wochen war es beruflich auch für mich sehr, sehr stressig. Und ich habe irgendwo versucht, ein Ventil zu suchen. Ich bin aber auch ein Mensch, der immer noch wieder einen gewissen Lernprozess erfährt, was solche Dinge gerade bei YouTube und nach Außenwirkung und Kommunikation angeht. Also, das Thema ist abgeschlossen. Da werde ich nicht weiter irgendwas zu sagen in der Richtung. Das wollte ich jetzt vorab nochmal loswerden. Ja, und ansonsten, ich habe ja mal gefragt, was ihr von Realtalk-Videos haltet. Auch weil mein persönliches Video mit den Zähnen, weil ich habe ja diese Zahnproblematik, ja, das hatte mir enorme Motivation gegeben, auch diese Behandlung vorzuführen mit den Zähnen. Da die Restaurierung, Erneuerung und, ja, da habe ich gefragt im letzten Community-Post oder einen der letzten Community-Posts, ob ihr denn Interesse habt, dass ich solche Realtalk-Videos weiter betreibe. Und, ja, 48% waren dafür und der Rest halt so gemischt. Also, Mehrheit theoretisch gesehen dafür. Und letzten Endes mache ich das ja auch quasi irgendwo gewissermaßen als Selbsttherapie. Also, ich hatte jetzt letzte Woche nochmal einen großen, großen Termin. Da wurden zwei große Brücken eingesetzt, also aber festsitzende Brücken, also nicht irgendwelche herausnehmbaren Bracklets und wie die ganze Kram gedöns heißt, sondern wirklich festsitzende. Und ich muss jetzt noch ein bisschen, ein bisschen üben mit der Kieferstellung und den Lippen natürlich, aber es sieht ein bisschen aus, als ob ich heute Abend noch Batman umbringen will. Dann fehlt nur noch das Make-up. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und es fehlt hier noch, die Seite fehlt noch. Die Seite jetzt hier bis hier vorne ist komplett. Das ist super tippitopp. Jetzt muss ich nur lernen, auf der Seite wieder festzukauen. Und das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Weil, wenn man, ehrlich gesagt, jahrelang gewohnt war, auf großen Teils nur Zahnfleisch oder Kieferknochen zu kauen und dann wieder mit echten Zähnen, die dann auf den Kiefer ja auch drücken in gewisser Maße, ist gewöhnungsbedürftig. Also ich habe es in den letzten Tagen gemerkt, ich kaue fast schon wieder. Lieber auf der Seite, wo ich keine Zähne habe, kriege ich das Gefühl, besser Fleisch, Gemüse etc. kleiner gemahlen, als auf der Seite, wo ich jetzt echte Zähne habe. Das ist noch sehr, ich will nicht sagen, eher unangenehm, vielleicht nicht, aber sehr extrem ungewohntes Gefühl. Und ich habe das Gefühl, ich muss mehr Druck dann beim Kauen ausüben. Und deswegen kann ich es verstehen, dass der Zahnarzt gesagt hat, den nächsten Termin für die Seite machen wir erst im September, äh, nicht September, äh, Februar, Ende Februar nächsten Jahres, damit ich mich echt hier erst dran gewöhne, weil beim nächsten Eingriff kann ich auf der Seite nichts kauen. Und wenn ich mich daran nicht gewöhnt habe, zu kauen, weil ich da immer nur gewohnt war, dann hätte ich ein Riesenproblem. Wäre aber vielleicht auch mal eine gute Möglichkeit, mal wieder ein paar Kilo abzuspecken, wenn ich überhaupt nichts essen könnte. davon mal abgesehen. Ähm, genau. Also, wie gesagt, die Lücke ist weg. Die Zähne sehen bombastisch aus. Die sehen wirklich bombastisch aus. Ähm, ich war den Tränen nahe, bald nach dem, nach dem Eingriff. Ähm, war auch nicht schmerzhaft oder so. Also, komplett ohne Betäubung. Er war ganz, ganz stolz auf mich, der Onkel Doktor. Und, wie gesagt, ich muss jetzt nur lernen, wieder vernünftig zu lächeln. Ich versuche, wenn Zeit nicht drinnen ist und natürlich auch die Motivation gerade da ist, übe ich, versuche ich immer vom Spiegel zu üben. Oder hier mal am Rechner eben so ein bisschen vor der Kamera so. Das wirkt zwar jetzt wie so ein Auftritt eines Psychopathen, aber man muss es wieder lernen. Wenn man jahrelang gewohnt war, sein Lächeln zu verbergen sein. Und, ja, es ist halt so, wie es ist. Ich versuche jetzt auch hier wieder wie immer nichts zu schneiden. Und, ja, es ist halt Real Talk. Also, Schäne. Ich muss noch die Kieferstellung auch wieder ein bisschen üben. Ja, ist noch alles ein gequältes Lächeln. Aber ich versuche, das jetzt wieder zu trainieren. Problem ist auch noch so ein bisschen durch die Zähne. Das wirkt sich auch so ein bisschen auf meine Sprache aus. Das merke ich. Ich muss wieder ein bisschen mehr die Lippen auch bewegen. Weil ich doch ein bisschen jetzt mehr lisple, gefühlt. Also, es ist gefühlt für mich. Manche Worte kommen doch ein bisschen undeutlicher über die Lippen. Ich werde das jetzt mal in den nächsten Wochen beobachten. In Zweifel werde ich auch mal stumpf meinen Arzt, meinen Zahnarzt anhauen. Die Möglichkeiten gibt es ja durchaus. Er kann sowas verschreiben in Form von Logopädie. Dass man sich da nochmal professionelle Sprachtherapie holt, und Sprachhilfe macht man natürlich gerne eher bei Kindern oder Stotterern, sage ich jetzt mal pauschal. Aber in dem Falle, glaube ich, macht es notfalls, wenn es nicht besser wird, die auf jeden Fall sind. Weil am Ende heißt es sonst, alle Lispeln sind bis auf Fabian. Fabian sagt mal Baum, Baum. Und das ist ja nicht so schön, gerade als YouTuber, wenn man sich vor einen Herr lispelt, wenn es sich doch vermeiden lässt. Also, das kurzes Update zu den 10. Wie gesagt, der Eingriff war nicht großartig schwer. Es musste nur ein bisschen ein, zwei Füllungen gemacht und dann die Implantate rein. Und das ist wirklich eine beeindruckende Technik gewesen. Es ist wirklich von ungefähr hier bis hier eine komplette Brücke. Also aus einem Guss, nur hinten noch verankert. Und die hat auf Anhieb gesessen. Also, klar, haben die einen Abdruck gemacht und alles. Unten gab es ein paar Probleme. Da hat er kurz geguckt, ein bisschen gefummelt und dann hat es auch gepasst. Na, was nicht gepasst, wird passend gemacht nach dem Motto. Aber er musste es grundartig an den, an der Brücke oder an den 10 schleifen. Also musste gar nichts. Also nur ein bisschen, sage ich mal, hättest du drauf und dann ging das. Also Freunde, wie gesagt, das kurzes Update zu meinen 10. Jetzt noch ein bisschen trainieren und dann irgendwann Richtung, ich würde mal sagen, dann acht Wochen Heilung brauchst du dann nochmal im Februar. Ab dann, also dann wären wir schon so in April. Also Ende April wird der nächste, wird es wahrscheinlich irgendwo abgeschlossen sein, im Großen und Ganzen. Ja, das zu den 10. Also ich freue mich wie Bolle. Endlich wieder mal echt lachen können, ohne Angst haben, dass man aussieht, als ob du eine Runde mit einem der Klitschko-Brüder gehabt hättest. Also ich bin da echt froh drum, dass ich es gemacht habe. Es war nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Ich beiß mir auf gut Deutsch. Jetzt kann ich mir in den Arsch beißen. Das ist ja das Schöne. Ach ja. Ne, ich schneide mir nicht raus. Aber dass ich das nicht habe, früher in Angriff genommen oder so. Man muss einfach manchmal seinen Mann stehen, war es ein Sinneswort. Also wenn da draußen jemand ist, der auch solche Probleme hat und da ein bisschen Zuspruch braucht oder so, schreibt mich auch gerne per Mail an oder so. Oder auf dem Discord-Server. Kann da vielleicht noch mal ein paar Ratschläge, Tipps vielleicht geben, jetzt nachdem ich schon ein paar Sitzungen hinter mir hatte. Und die werden von Mal zu Mal, fallen die mir auch leichter. Auch wenn ich teilweise weiß, was mich erwartet an Eingriffen. Aber mir fällt es immer leichter. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen da ausufernd gesprochen. So, kommen wir noch mal zu einem anderen Thema. So, Weihnachten steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke. Ansonsten denkt immer dran, sollte euer Liebster oder Liebste ein großer Gaming-Fan sein, ein Steam Deck als Geschenk geht immer. Das sage ich dir. Euch. Oder duzen wir uns eigentlich. Man hat sich eigentlich, glaube ich, nie fest drauf gelegt. Wir sind immer bei der Masse geblieben. Euch, ihr, euch. So. Das weiß ich noch, ein ganz Steam Deck geht immer. Ansonsten hoffe ich, dass wir Weihnachten gut vorbereitet sind. Bei mir ist es momentan eine etwas stressige Zeit. Merkt man vielleicht auch so ein bisschen am Content. Kommt nicht so viel, wie ich mir eigentlich eingeplant habe. Aber weil wir jetzt bei mir in der Firma, also in meinem Team, wir übergeben unser Projekt jetzt weiter. Ich übernehme ab Januar ein neues Projekt. Und das ist jetzt natürlich eine riesige Projektabschluss-Übergabe-Phase. Und immer wieder ploppen neue Themen auf, die man dann doch noch dachte, die sind abgeschlossen oder die tauchen gar nicht mehr auf aus der Versenkung. Das ist ein bisschen jetzt anstrengend. Und ich kann auch gar nicht. Und dann natürlich auch privat hier dekorieren, aufräumen, einkaufen. Und, 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 was so einem Haushalt mit zwei Kindern und einer liebenswerten Frau auffällt und gemacht und getan werden muss. Deswegen ist Weihnachtszeit, Dezember ist immer eine ganz stressige Zeit bei mir. Das habe ich auch letzten Dezember auf dem Kanal gemerkt. Da kam gar nicht so viel Content, wie ich mir eigentlich erhofft hatte. Und das wird diesen Moment auch nicht anders sein. Mein Ziel war immer ein Video pro Tag oder alle zwei Tage ein Video im Schnitt. Werde ich es so nicht schaffen. Diesen Moment glaube ich nicht mehr. Ja, sollen gerne andere Content raushauen, wie sie möchten. Ich mache mir da momentan keinen Stress. Ansonsten an Content wird noch einiges kommen. Da würde mich noch mal interessieren, ich würde gerne noch mal eine ausführliche Emodeck-Reihe machen. Also, Emodeck-Installationsguide hatten wir ja eigentlich schon quasi abgeschlossen in meinem letzten Video noch mal. Was ihr als erstes tun solltet. Jetzt würde ich aber gerne noch mal auf die einzelnen Emulatoren zu sprechen kommen. Da vielleicht noch mal ein paar Tricks und Hints und Einrichtungs-Ratschläge-Tutorial geben. Zum Beispiel wie richtig Usualen, wie richtig Wii Jinx, PSX oder wie die Playstation-Emulatoren heißen oder Xemu und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn da Interesse besteht, dann mal einen Daumen nach oben natürlich und hinterlasst einen Kommentar. Ich würde mich echt... Ich würde mich echt... Ich frage mich echt, ob da noch Interesse besteht oder ob ihr euch da schon anderweitig versorgt habt mit Tutorials zu den einzelnen Emulatoren, wie man diese einrichtet, wo das BIOS hin muss, was ich dort vielleicht in den Emulatoren noch einstellen muss, sollte und so weiter. Wie gesagt, ich werde in keinem dieser Videos Tipps geben, wo ihr ein BIOS oder ROMs herbekommt. Das sei natürlich per se ausgeschlossen. Aber mich würde interessieren, ob ihr generell Interesse habt an einer wirklich fetten Emodeck-Reihe. Ansonsten, eine Frage hätte ich noch. Ich gucke mal gerne bei mir auf meiner Kanalseite in die Videoübersicht. Da dürfte euch spätestens dann auffallen, dass ich doch in den letzten, ich würde mal sagen, zehn Videos so angefangen habe, einen neuen Thumbnails-Style zu etablieren, einzuführen oder mich daran auszuprobieren. Auch da würde mich nochmal echt fett eure Meinung interessieren, wie ihr diese neuen Thumbnails findet. Klar, die sind auf den ersten Blick nicht immer Steam Deck oder Legion Go oder Walk-Ali orientiert, das ist mir klar, weil ich immer nur Steam Deck oder Walk-Ali kurz oben drüber schreibe, macht mich vielleicht ein bisschen schwieriger zu finden für neue Abonnenten, die halt ein Thumbnail nur sehen, oh, ein Walk-Ali, oh, ein Steam Deck, draufklicken. Das ist mir klar. Aber ansonsten, glaube ich, ist der Stil an sich ein bisschen cleaner und professioneller. Und ich habe bisher auch nur sehr, sehr guten Zuspruch dafür bekommen. Aber auch da würde mich nochmal eure Meinung interessieren, wie ihr diese neuen Thumbnails findet oder was ihr in den alten besser fandet oder so. Also gerne alles an Vorschlägen, schreibt es rein, ich lese es mir an, äh, lese es mir an, ich lese es mir durch und, äh, freue mich auf euer Feedback definitiv. Ansonsten habe ich wirklich momentan so viele Ideen im Kopf für Content, auch gerade meine Gameplay-Videos, merke ich immer wieder, da bin ich nicht so, wie ich gerne sein würde, so fresh, ich will jetzt nicht unbedingt ein Hand of Blood sein oder so, der da komplett durchrotiert, äh, von, von, also frei rotiert und durchdreht bei Gameplay-Videos. Aber ich würde da schon gerne ein bisschen mehr, sag ich mal, meine Verrücktheit, die ich wirklich in mir trage, ähm, zum Tragen kommen und da habe ich ein schönes Format für mich ausgedacht. Ich hoffe, dass ich diese Woche noch vor Weihnachten quasi als kleines Weihnachtsgeschenk für euch aus der Steam Deck-Checkerei, in der Steam Deck-Checkerei gibt es so manche Spielerei, äh, na, 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 wo sind meine Tabletten? Äh, nein, aber ich hoffe, dass ich eins dieser neuen Formate, wo ich mal Gameplay-Technisch richtig schön durchdrehen kann, euch diese Woche noch präsentieren kann vor Weihnachten. Ansonsten spätestens zwischen den Feiertagen. Das war so kurz das Kanal-Update, Real-Talk-Update. Wie gesagt, schreibt mir alles in die Kommentare, schreibt euren Senf. Ich freue mich. Ich versuche auch nichts zu filtern oder rauszulöschen. Da muss ich auch nochmal dazu sagen, vieles landet auch inzwischen bei mir. Das war früher bei mir nicht so der Fall. Ähm, immer, es gibt so eine Sparte bei, selbst wenn man alle Kanal-Kommentare pauschal freischaltet bei YouTube, ähm, gibt es dann, wenn ich in die Kommentarsektion gehe von YouTube-Studio immer im Bereich, ähm, Überprüfung ausstehend. Da habe ich lange Zeit mal draufgeklickt, war nie was drin und eine lange Zeit nicht mehr draufgeklickt und da hat sich mal was angestaut. Ähm, das sind dann so Kommentare, wo sich YouTube denkt, na, der könnte ein bisschen problematisch sein hinsichtlich der Aussagen, hinsichtlich Beleidigungen oder sonstigen Geschichten. Ähm, deswegen sind manche Kommentare tatsächlich bei mir auch ein bisschen untergegangen in den letzten Wochen. Ich gucke da jetzt, versuche da fast täglich reinzugucken, ähm, damit auch wirklich kein Kommentar untergeht. Natürlich beleidigende Kommentare, da, die schieße ich natürlich in den Wind, da bin ich ganz ehrlich. Äh, sachliche Kritik nehme ich immer gerne, auch gerne mal ein bisschen pumpiger, aber nie beleidigend. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ansonsten, liebe Freunde, ich werde nochmal kurzes Weihnachtsspecial machen, äh, um nochmal die Weihnachtsfeiertage für uns Steam Deck Checker einzuläuten und dann, ähm, ja, wünsche ich euch ansonsten auf jeden Fall noch ein paar ruhige Tage vor dem Fest. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich kam jetzt in letzter Zeit mal öfter mal die Frage, ey, ich will auch so ein geiles Käppi und so. Ich hatte eigentlich vor, einen Merchandise-Shop oder eine Kooperation mit irgendjemandem zu machen, um euch sowas anzubieten oder auch ein, zwei coole T-Shirts mit einem Steam Deck Checker Logo oder once you get a deck, you never go back. ähm, solche Geschichten wollte ich eigentlich vor Weihnachten anbieten, zeitnah, damit ihr die Möglichkeit habt, euch so etwas vielleicht schenken zu lassen. Ich versuche es endgültig jetzt mal zwischen den Feiertagen hinzukriegen. Ich erwarte mir natürlich nicht, dass ich jetzt hier ein T-Shirt kaufe mit meinem Konterfeil. Nein, so ein T-Shirt würde ich auch gar nicht anbieten. Aber, ähm, also, falls ihr noch irgendwo Geschenkwünsche habt, dann sagt, ey, komm, lass mal die 20 Euro beiseite. Ich komme dann den nächsten noch mit einem T-Shirt oder Käppi-Idee auf euch zu. Ansonsten schreibt mir gerne nochmal Ideen auch für Merchandise, also T-Shirts, Käppis, äh, in die Kommentare, was ihr so gerne sehen würdet, äh, welche Sprüche, äh, Logo, etc., etc., etc. Puppet euch aus in den Kommentaren diesmal. Also, jetzt aber endgültig Schluss. Das war das Real Talk Update Video vom Steam Deck Checker mit den neuen Szenen. Und ich muss mich jetzt fertig schminken, weil ich will ja heute noch Batman umbringen. also liebe Freunde, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab. Unter Deck. Untertitelung im Auftrag des ZDF, BR Okling. screwed onto Okling. Ich helfe bis zumuchen. Ich helfe mit den neuen Szenen. bis zumuchen. Ümmel, das war in der erste Mal. Schm restaur�를 te letting es der könnte dann wieder holy dress oder ionsstät últ sixthemper.